Servus Leute, heute habe ich euch ein paar Szenen aus meinem Vibe-Start zusammengestellt. Ich konnte natürlich nicht alle Highlights mit reinnehmen, also habe ich da eine Auswahl getroffen. Es gab echt guten Loot, Kultisten habe ich getroffen, schöne Scaf-Runs und Szenen wie zum Beispiel Tarkov-Shooter 3 auf Factory. Aber ich will nicht zu viel vorwegnehmen, schaut es euch einfach an. Ich bin übrigens ein Arzt, du täglich live auf Twitch, Twitch.tv slash Outsider. Würde mich freuen, wenn ihr da vorbeischaut. Link unten in der Description oder im ersten Comment. Lasst mal ein Follow da. Hier auf YouTube würde ich mich über ein Abo freuen. Daumen nach oben, Kommentar unter dem Video. Und jetzt viel Spaß. Hohoho! Let's go! Full distance. Ach du Scheiße. Also push dir nicht. Nee, Auge hat schon einen Namen. Scheiß Kultisten. Was ist das halt hier? Zwei sind tot. Die können halt jederzeit hier reinkommen und ich höre sie nicht. Drei tot, zwei leben noch. Komm, die haben so das kranke Gier. Hal trapped. Die sind hinten. Mal hin! Oh boy. Ich weiß nicht, ob der andere schon welche erschossen hat. Einer vielleicht noch. Jetzt gehen wir nicht auf den Sachs. Zumindest da kommt jetzt ein Spieler. Oh shit. Er ist tot. Hier sind alle tot. Sind alle tot. Ist ein Messer. Operating Rookie. Wusste ich es doch, dass hier einer ist. Ich werde besser mit dem Sound, Leute. Ich werde echt besser. Was hast du hier? Wieso ist denn der voll? Ich dachte schon, da wäre jetzt etwas vernünftiges drin. Alrighty. War auch schon mal besser hier, ne? Aber es war schon jemand drin. Keine Ahnung. Wurde gerade was währt? Ich weiß gar nicht. Was ist das, glaube ich? Jemand. Ich muss mich rausheben, bevor er sich konzentriert. Ich weiß nicht, ob der gar nicht gerade erschossen hat. Ich weiß nicht, ob der gar nicht gerade erschossen hat. Ich muss nun sicher... Es war eine Sprache. Ich hätte eher ein Fill oder ein Blöcke. Ich habe einen Blöcke. Ich habe einen Blöcke. Ich habe einen Blöcke gesehen. Er ist eine Blöcke gesehen, wenn man besser reagiert. Hm. Auf das 1, PMC. Die Prepper-Sarge-Mission. Wieso das denn? Oh, noch 1, Skev. Nee. Oh, du KS, Junge. Er kotzt. Oh, shit. Oh, shit. Danke für die KS, Freundchen. Geiler Scheiß. Er futtert erst mal. Alter, beweg dich. Oh, shit. Come on. Weissel. Um. Weissel. 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 Das war's. 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 Oh mein Gott. Das war's. 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 Das war's.